Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um mein neues E-Book, nämlich das Handbuch zur Einführung in die Energiewirtschaft. Auf etwas mehr als 30 Seiten Fließtext habe ich sehr genau und anschaulich und vor allem praxisorientiert erklärt, wie die Energiewirtschaft tatsächlich im Alltag funktioniert. Wir machen eine Reise durch den Alltag eines Energieversorgers und schauen uns tatsächlich an, wie funktioniert eigentlich ein Lieferantenwechsel, was passiert dann bei Stammdatenänderungen, was braucht man für die Rechnung, für die Netznutzungsabrechnung, aber auch für die Kundenabrechnung und was genau passiert da eigentlich im Hintergrund. Wie funktioniert der Kundenservice, was sind so typische Anfragen? Und das Ganze machen wir am Beispiel eines Herrn Musterkunde. Herr Musterkunde wechselt gerade von uns als Grundversorger hin zu einem ganz allgemeinen Energieversorger und anhand dessen Beispiel machen wir eben den Lieferantenwechsel, die Abrechnung, Stammdatenklärungen und so weiter. Und das Ganze machen wir eben aus einer richtigen Praxissicht, weil aus der kenne ich es natürlich auch aus meiner persönlichen Vergangenheit. Ich habe über fünf Jahre in ganz normalen Alltagspraxis von Energieversorgern gearbeitet und kenne mich dementsprechend auch mit dem echten Alltag aus. Und genauso weiß ich auch, dass es für mich damals keine guten Nachschlagewerke gab. Man konnte eigentlich nirgendwo so richtig an einer Stelle mal nachvollziehen, wie funktioniert diese Energiewirtschaft so übergreifend? Warum ist das alles so, wie es ist? Und in diesem E-Book beginne ich eben damit, was ist die Historie, wie entstand eigentlich die Monopolstellung von großen Energieunternehmen und Stadtwerken? Und warum und wie wurde die jetzt aufgebrochen? Welche Prozesse entstanden deswegen? Und schlussendlich, was sind die Prozessvorgaben? Was sind die Nachrichtentypen? Wir gehen auch auf GBK E und E-Defakt ein, aber eben auf einer schönen hohen Flughöhe, damit es immer noch verständlich bleibt. Und wagen auch noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft, was bringt das Smart Metering, was bringen Smart Cities für den Alltag von den Energieunternehmen? Dieses E-Book ist jetzt schon online und kann im Shop von carsten.energy bezogen werden. In der Veröffentlichungswoche gebe ich einen extra Rabatt von 10 Euro und deswegen solltet ihr jetzt sofort auch zuschlagen, wenn ihr euch dafür interessiert, wie die Energiewirtschaft ganz allgemein aufgebaut ist, wenn ihr als Quereinsteiger oder zur Weiterbildung jetzt mal genauer reinschauen wollt oder wenn ihr als Führungskraft eines Energieversorgers euren Mitarbeitern mal was richtig Gutes in die Hand geben wollt zur allgemeinen Orientierung, zum Nachschauen, warum ist das Ganze so, wie es eben ist, ist dieses Handbuch super geeignet. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare und ansonsten abonniert diesen Kanal, gebt einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert. Ich bin ein paar Mal hier bei Energiewirtschaft.